Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Angriffe des Teufels bestehen könnt. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Jeden Tag, den ich mit Gott gehe, jeden Tag, den ich schon im Heiligen Geist lebe, wird mir bewusster, wie wenige doch wissen, wie sehr sie umgeben sind von diesen dunklen Kräften und wie viel Einfluss diese dunkle Kraft in ihrem Leben hat, weil sie sie nicht zurückweisen, weil sie ihnen Zugang geben durch das Weltliche. Das ist der listige Angriff des Teufels. Viele Dinge kannst du nicht sehen. Viele Dinge, die du siehst, nimmst du nicht wahr als Angriffe des Teufels und öffnest somit die Tür zu deiner Seele und somit kann er durchbrechen und kann tiefer zu dir vordringen. Er kann Macht übernehmen in dir. Dabei ist es so wichtig, dass du weißt, wie groß deine Autorität über Finsternis, über Tod, über Dämonen und ja die Macht des Feindes ist. Es ist eine echte Freude, wenn du dein ganzes Erbe erkennst und nicht nur die halben Früchte in deinem Leben erkennst und trägst. Die Frucht sollst du haben und ja, manchmal ist es Mühe, die du hast. Manchmal ist es wirklich kraftenstrengend zu überwinden und ein Überwinder zu sein. Doch niemand hat gesagt, dass es immer leicht ist und die Bibel sagt uns, dass die Welt uns Angst machen wird. Und ja, wenn wir genau hinschauen, dann tut sie das auch. Doch wir sollen die Hoffnung in uns tragen. Wir sollen diesen Glauben in uns tragen. Die Kinder Gottes werden in dieser gegenwärtigen Welt offenbar, um die Macht des Teufels, unseres Feindes zu zerstören. Durch Gottes Macht gerettet zu werden, heißt vom Reich des Gewöhnlichen in das Außergewöhnliche überführt zu werden. Vom Natürlichen in Gottes Reich. Wo stehst du heute in deinem Leben? Denn der göttliche Plan ist, dass du wächst, bis du die unermessliche Fülle Gottes empfangen hast. Du brauchst nicht zu sagen, dass es wunderbar war, im Heiligen Geist getauft zu werden. Wenn du in die Vergangenheit zurücksehen musst, um mich wissen zu lassen, dass du getauft bist, oder dass es in der Vergangenheit eine wunderbare Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus gab, dann bist du zurückgefallen. Denn es ist wichtig, dass du verstehst, dass jeder Tag besser und besser für dich sein soll. Auch in den Angriffen. Du sollst auf Jesus schauen und von ihm lernen und lernen, wie der Heilige Geist die Dinge in deinem Leben regelt. Durch ihn geführt zu sein, ihn zu bitten, die Dinge für dich anzuleiten. Jeder darf dich als Zeugnis Gottes sehen. Jeder darf davon überzeugt sein, dass du mit der Macht Gottes im Geist gefüllt bist. Er füllt bis zu aller Gottesfülle. Berauscht euch nicht mit Wein, was zur Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Epheser 5, Vers 1 Es darf unser Bestreben sein, voller und voller und voller, bis zum Überfließen voll zu sein, mit dem Heiligen Geist. Wenn du eine neue Schöpfung bist und wiedergeboren von Wort Gottes, dann sind das Wort der Kraft und dasselbe Licht und Leben in dir, wie die der Sohn Gottes selbst hatte. Gott möchte dich mit unermesslicher Kraft seines Redens und seiner Gnade durchströmen, bis dein ganzer Körper eine Feuerflamme ist. Viele Menschen wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Sie bildeten eine Bewegung, wurden jedoch später zu Monumenten, zu Statuen und sind nicht mehr zu bewegen. Manchmal bete ich, Gott, erwecke uns aus dem Schlaf, damit wir der herrlichen Wahrheit und dem Odem der allmächtigen Kraft Gottes gegenüber nicht gleichgültig werden. Denn wir müssen das Licht und das Salz der Erde sein, angetan mit der ganzen Rüstung Gottes. Es wäre schlimm, wenn der Feind kommen würde und auf einmal vor unserer Tür steht und wir müssten jetzt einmal zurückgehen und unsere Shubo zu holen. Es wäre schlimm, wenn wir keinen Brustpanzer hätten. Wie können wir also die Waffenrüstung anlegen? Nun, alles geschieht im Glauben. Nimm sie im Glauben auf. Spring hinein, bleib darin und komm nie wieder heraus. Denn dies ist eine Taufe, in der man sich verlieren soll. Nun, du sollst nur eins kennen, nämlich den Willen Gottes zu jeder Zeit. Die Taufe im Geist sollte eine stets wachsende Ausstattung mit Kraft sein, eine stets wachsende Vermehrung der Gnade. Unser Vater will dich die herrliche Freiheit sehen lassen, die er auch für dich als Kind Gottes vorgesehen hat, welche dich von der jetzigen Welt befreit, absondert, heilig und passend macht, sodass du sie gebrauchen kannst. Du bist erschaffen, und mit all deiner Fülle und mit all deiner Kraft und mit all dem, was Gott in dich setzt, das Böse zu bezwingen, den Teufel zu zerstören, der diese Welt zerstört, der die Kinder Gottes angreift. werde dir deiner Vollmacht in voller Kraft und vollem Umfang bewusst. Also ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit du gegen die listigen Angriffe des Teufels bestehen wirst. Gott möchte deine Seele befreien. Er möchte, dass du die Kraft spürst und zu einem Strom seiner Kraft, zu einer Strömung, einer Bewegung wirst, die andere Menschen mitreißt, die andere Menschen befreit. Wenn du magst, dann lass uns gemeinsam beten. Vater, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, sodass ich eine lebendige Feuerflamme deiner Macht in dieser Welt bin. Lass mich jeden Tag voller und voller erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit deiner Kraft so dass die Menschen erkennen, dass du in mir wohnst und dass sie nur dir, Jesus, folgen müssen, um diese Kraft ebenfalls empfangen und leben zu können. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst, im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seen-Mentoring, ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat, die Schwere, die dein Herz niederdrückt, denn wo Gott ist es Liebe und Frieden und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.